Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Freitag, dem 17. Juli 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 855. Und heute habe ich die folgenden Themen mit dabei. Shadow Banning, Twitterangriff, Lego, Blogger, Bildschirmfreigabe, xCloud und Lounger. Ich beginne gleich mal mit dem Shadow Banning. Anscheinend hat jetzt Twitter bestätigt, was schon länger in Twitter-Kreisen Umlauf hat. Auch Twitter macht Shadow Banning oder betreibt Shadow Banning. Das heisst, du postest einen Tweet, aber es geht nicht raus. Raus schon, aber die meisten Leute kommen das nicht mit. Und das ist natürlich unschön. Das könnt ihr jetzt testen, ob ihr da auch betroffen seid. Obwohl es ist nicht ganz klar, ob das Ganze wirklich verhält. Also ob man da über den Dienst Shadow Banning, wie heisst es, Shadow Ban EU, wirklich das testen kann. Ich habe mal ein paar Accounts von mir getestet. Die sind allesamt nicht auf der verbannten Liste. Von dem her hoffe ich jetzt nochmal ganz stark. Dann gab es gestern Nacht eine riesen, riesen Panne bei Twitter. Anscheinend wurden diverse Accounts von Apple, von Elon Musk, Jeff Bezos, Barack Obama und Bill Gates gehackt, in Anführungsschlusszeichen, und missbraucht. Und darüber wurden Tweets versandt nach dem Motto Hey, überweis doch mal hier Bitcoin XY und du bekommst das Doppelte zurück. Und ja, was soll ich sagen, es gab solche doofen Menschen, die haben das wirklich getan. Weil, ja, schaltet euer Hirn ein. Aber dennoch sehr, sehr unschön, dass das Ganze hat gehackt werden können. Aktuell geht man bei Twitter davon aus, dass es sogenannte Social Engineering war. Sprich, dass Twitter-Mitarbeiter angegriffen wurden, die über ein internes Tool irgendwie Zugriff auf die Systeme hatten und so weiter und so fort. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Wochen noch ein bisschen was hören, was da wirklich der Fall war und was das für ein Schaden ist. Sehr, sehr, sehr unschön. Lego, ihr wisst ja, der eine oder andere Hörer vielleicht von euch, ist ein großes Hobby von mir. Ich liebe diese kleinen Steinchen und vor allem die Minifiguren. Und ich mag auch Nintendo. Und die beiden kommen wieder mal zusammen. Ja, man kann sich jetzt die NES, die Original- oder die erste Konsole für den Heimgebrauch, nachbasteln, inklusive einem Retro-Fernseher und einem Spiel. Wie cool ist das denn? Vor allem die Detailgetreue mit dem Aufklappen vom NES, der Spiele-Kassette, die man reinsetzen kann und nachher auch dem Spiel, was man da spielen kann auf dem Retro-Fernsehen. Wirklich ganz, ganz, ganz cool und gelungen. Ich hätte sowas gerne. Doch aktuell trennen mich irgendwie 250 Währungseinheiten von dem Ganzen. Blogger ist die Plattform und ist eine der ersten Plattformen, welche Google damals übernommen hat und welche Googles Einstieg ins Blogging gewesen ist. Von da, wo auch viele Blogger gekommen sind oder teilweise die noch hier sind, gekommen waren. Und ja, die ist ja schon immer ein bisschen stiefmütterlicher behandelt worden in letzter Zeit. Jetzt ist es sogar so, dass man eine Domain verloren hat, nämlich die indische dazu. Ist nicht ganz so schlimm, denn die jeweiligen Blogs sind über chnl und was auch immer, also mit all den Domainendungen erreichbar. Aber dennoch unschön, dass Google da irgendwas verpasst hat. Aber es könnte natürlich auch sein, dass das der nächste Ding ist oder der nächste Dienst ist, der auf dem Google-Friedhof landen wird. Aktuell kann man die Domain übrigens für circa 6.000 US-Dollar käuflich erwerben. Wer also Lust hat. Der Facebook Messenger bekommt unter iOS und Android jetzt auch eine Bildschirmfreigabe. Wer also Bilder zeigen möchte bei einem Chat oder bei einem Videochat über Facebook Messenger, der kann das jetzt tun. Wer daran Interesse hat. Alle anderen sollten den Messenger doch endlich verlassen und auf was Gescheites setzen. Xbox Game Pass. Eine geniale Geschichte. Nutze ich sehr, sehr gerne. Meine Tochter vor allem auch, um unter anderem verschiedene Spiele zu spielen. Und da gibt es jetzt eine Neuigkeit, nämlich die xCloud, der interne Namen, wird wahrscheinlich später Cloud Gaming heissen bei Microsoft. Die Gaming-Streaming-Geschichte von Microsoft, die schon länger auf die News geistert, die soll kommen bereits Ende September 2020, soll es soweit sein. Leider weiss man noch nicht, in welchen Ländern. Was man aber weiss, die xCloud oder das Cloud Gaming von Microsoft wird in den Game Pass integriert und haltet euch fest, der Preis bleibt derselbe. Wie cool ist das denn, wenn ich dann die ganzen knapp 100 Titel zusätzlich auch noch auf meinen anderen Gadgets spielen kann. Das wird toll. Also Microsoft macht im Bereich des Gamings sehr, sehr vieles richtig, wie ich finde. Dann haben wir nochmals Microsoft, nämlich der Microsoft Launcher. Einen Aufsatz, den man auf dem Android drauf machen kann, damit es ein bisschen einheitlicher und schöner ausschaut. Da hat Microsoft jetzt die Version 6.0 rausgehauen. Es ist so, dass da ein paar neue Features mit dabei sind. Der Landscape-Modus wurde überarbeitet. Die Icons wurden angepasst. Hintergrundbilder und die Suche können jetzt über Bing ausgeliefert werden. Ein Dark Theme kommt logischerweise auch zum Zug und an der Performance hat man anscheinend auch gearbeitet. Ich nutze den Launcher sehr gerne und habe es mir auch schon runtergeladen. Ich schaue mir es dann später an und bin gespannt, was da alles mit dabei ist. Das waren es, die Neuigkeiten, die ich heute und vor allem für den Freitag die letzten News, die ich für diese Woche bereit hatte. Ich wünsche allen, die nicht arbeiten müssen, über das Wochenende ein tolles und erholsames Wochenende. Und für diejenigen, die arbeitsfrei haben, genau, die Wochenende haben, geniesst das Wochenende. Die Temperaturen gehen wieder hoch. Bis dann. Nächste Woche ist der Achim wieder für euch da. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.